Hallo miteinander, heute aus der Ablichtbox live vom Set. Wenn ihr einen Webshop habt oder irgendwelche Produktbilder braucht, dann sind ihr immer wieder vor die Herausforderung gestellt, wie ich solche Bilder machen kann und das ist eigentlich eine sehr gute Lösung dafür. Es ist aus dem Haus Godox. Es ist eine Box, wo ich drei LEDs drin habe. Und da habe ich einen Controller. Den sieht man jetzt vielleicht nicht so toll. Ich muss das genau so machen. Und mit dem Controller könnt ihr die einzelnen LED-Streifen regulieren. Sprich, ihr könnt eure Sachen, die ihr fotografieren wollt, ideal ausleichten. Wenn ihr entsprechend zu machen wollt, könnt ihr hier zu machen. Ihr könnt zwischen drin fotografieren. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel etwas von oben fotografieren wollt, hier von oben rein zu fotografieren. Und sicher eine sehr gute Möglichkeit, um kostengünstig auch saubere Produktaufnahmen zu machen. Ihr habt das Version, die hier steht, ist die 60cm Box. Es gibt eine 40cm, eine 60cm und eine 80cm. Und sie sind immer 60x60x60 oder 80x80x80 oder 40x40x40. Wir brauchen meistens die 60cm. Von der Grösse her. Überlegt euch, was ihr dort fotografieren wollt. Wenn es eher höchere Sachen sind, sicher die grösseren Boxen. Wenn es kleinere Sachen sind, eher die kleinere. Dass ihr dort sauber das Ganze ableichten könnt. In diesem Sinn. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag. Ciao zusammen.